Ich bin der Sebastian, ich arbeite bei XXXL, bin im dritten Lehrjahr tätig und arbeite in der Büro-Mügelabteilung. Mein Aufgabengebiet ist hauptsächlich die Kundenbetreuung, sprich 3D-Planungen für den Kunden in seinen Raum direkt zugeschnitten, Vorschläge ihm zu geben, seine Vorschläge natürlich auch mit einzubeziehen in die Planung und natürlich direkt an der Ware die Betreuung. Die Ausbildung geht drei Jahre lang, das ist ein ständiger Wechsel zwischen Betrieb und Schule und das, was ich in der Schule lerne, das Theoretische, kann ich direkt im Betrieb umsetzen. Man sollte auf jeden Fall offen sein, auch selbstbewusst wirklich auf den Kunden zuzugehen, an sich eine fremde Person zuzugehen. Freundlich sollte man sein, höflich natürlich, teamfähig sollte man sein, weil wir ja doch auch im Team arbeiten. Jeder ist für den anderen da, jeder hilft einem weiter. Das ist das, was ich besonders so schön hier finde, weil man wirklich nie alleine gelassen wird, sondern immer zusammen an einem Strang zieht. Wir sind der zweitgrößte Möbelhändler auf der ganzen Welt. Das ist wirklich ein Name in der Gesellschaft und ja, uns stehen alle Türen offen. Nach meiner Ausbildung möchte ich die XXL Nachwuchsakademie besuchen, um dort Abteilungsleiter zu werden und ich hoffe, es klappt. Das ist wirklich ein Name in der Gesellschaft und ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!